was macht er gerade was mich ärgert oh ja doch der wollte sich nicht anschalten warum weiß ich auch immer egal ja erstmal schön dass er wieder da seid und es wird ja reitig geguckt nur ich habe ein kleines problem weil ich habe die letzten tage auch keine folgen mehr gehabt ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß nicht mehr was wir tun sollen weil wir haben eigentlich alles durch so weit haben wir alles gemacht das einzige was jetzt noch wäre türen auf und zu das einzige was jetzt noch wäre was man machen könnte die bullen verkaufen ja alles mit mais sehen gesät haben wir schon gegrubbert haben wir schon wir haben eigentlich alles gemacht ich muss mal gucken ob die felder noch gut aus na mietze muss wieder mein köter ja da das wird auch nicht weniger weil wir wahrscheinlich den automatischen fahrer nehmen ja ja gut alles klar alles okay alles gut ja da kann man festgestellt irgendwie konnte ich das so ja da ist er doch kommen 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 rex kommen hier war die rex kam her jetzt sitzt nicht okay er hört auf wort wir haben zwar die 40 bullen gekauft die eine aufgabe schauen wir mal eben ja die wird nicht starten weil quest nein status verfügbar alle quest abgeschlossen so die haben alle abgeschlossen so nicht verfügbar viel mais für viele tiere meist erter guter mais von einem von eigenen feldern so problem ist datum 1 3 bis 2001 bis 1 7 2001 problem ist wo haben wir kalender wenn ich jetzt bis märz vorspule irgendwie wie auch immer haben wir tauter 2002 das heißt ja ich würde nicht funktionieren genau wie die hier die werden nämlich eigentlich jetzt dran aber wir haben ja wir haben gäste gesät und gäste geerntet und damit ist die sache quasi übersprungen hätte man gleich gucken müssen dann brauchen wir nicht story haben wir keins generisch haben wir auch keine test haben wir auch keine der einzige der jetzt machen kann den könnte man jetzt anklicken das können wir jetzt mal eben schnell machen öffne das fahrzeugmenü fahrzeugmenü was ist das fahrzeugmenü jetzt mal ganz ehrlich das ist das fahrzeugmenü fahrzeug ist es nicht aber was ist es denn das ist jetzt hier fahrzeug das ist es auch nicht da habe ich nämlich schon mal gesagt was ist das fahrzeug menü ich glaube das habe ich schon mal versucht und habe es nicht gefunden hier ist das fahrzeug menü für mich ist das fahrzeug menü ansonsten haben wir ja nix so nächstes fahrer zweitschnitt tempomat erhöht ringer autopilot zum nächsten weg und tasche lampe arbeitspflicht links winke rechts waren blinker motor an aus handbremse huppe da ist kein fahrzeug menü drinnen ich könnte jetzt noch lange suchen ach guck mal kann man doch so sachen anblenden lassen ok haben auch noch nicht gehabt hier hat das war 4 5 ist ok 6 7 8 der speicher 9 des laden 10 11 12 ja ansonsten außer das habe ich nichts es gibt so muss ich mal eben gucken wo das ist gameplay radio kann man das einstellen lautstärke im fahrzeug sortierung name nach ja das ist mir egal ich weiß nein das wird jetzt nicht neu gestartet ich bin am spielen nach streams suchen gameplay schwierigkeit steuerung lenkempfindlichkeit kamera gamecontroller so ui fahrzeuge vorwärts rückwärts links rechts rennen vollgas hören umsehen ihre anlocken laden speicher maus zeige ein aus nächste nächste anheben an rotieren entladen ballen einfrieren ballen automatisch schnappeln ach da kann man das was wir immer über das menom machen quickshot handbremse motor aus temperat temperat huppe schalten zwischen vorwärts rückwärts hören hoch schalten runterschalten gamepad action lichter radialmenü mannü öffnet schließen kamera das war mittlere maustaste vorderscheibenwischer schließen ja 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 das ist für mich das fahrzeugmenü nein das ist für mich das fahrzeugmenü es lag vorher auf eine andere taste versteht ihr deshalb funktioniert es nicht mehr dann werden wir diese sache abbrechen abgeschlossen das ist für mich das fahrzeugmenü das ist für mich das fahrzeugmenü 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 naja gut dann also muss ich abbrechen da tutorials alle quest gülle und hülle wieso ist der nicht verfügbar ja erster zweite 1 da geht's wieder los abbrechen abbrechen brauchen wir nicht kann man auch auf alle lassen ist egal das geht also nicht manüberg verfügbar über die verschiedenen fenster ja ja was machen wir jetzt wir könnten alle händler so name preis preis 329 krieg muss eingekauft bestand preis aufsteigen 600 600 900 800 800 600 600 es lohnt sich nicht 321 für den preis kriegen sie eingekauft was verkaufen könnten wären die drei alexander udo und manfred mehr leider nicht schweiß windows selbst startings da zum kotzen machen können wir eigentlich auch nichts wer die ende des jahres haben drei von zehn mitarbeiter also ich wahrscheinlich auch 40 von 100 tiere gegnerte fläche gefügte fläche gedüngte fläche ja das sagen dann unsere mitarbeiter der hat der wollte mal da steht auch nichts elf monate beschäftigungsdauer ein jahr level bisschen was das ist es was machen wir das ist das nicht für eine text oder war noch so eine kontext was machen wir das ist die frage ich weiß nicht mehr was wir machen sollen jetzt verkaufen können wir auch nicht quasi sie sind noch nicht so weit drei stück könnten wir verkaufen ja drei könnten wir einkaufen vom datum her ist jetzt eigentlich winter wir könnten mal sehen alles mit dem ding kann man ja grob an und sehen dann sehen wir ja was passiert ansonsten keine ahnung ich weiß das ist es nicht ich sehe gerade was nein ah ok deshalb ging das nicht dann ist die minimap aber auch ausgeschaltet ne ja spielerfolgen dann kann man nämlich auch verschieben so dann sagt mir was machen sollen ich weiß es nicht keine ahnung tut mir leid soll man jetzt mal sehen was haben wir für ein datum was ist das eben besitz verfügbar kalender wir haben juli juli hieße nichts machen wir müssten weiter bis ja was ist der ach so da kann man eine aufgabe erstellen ja alles klar quasi bis märz jetzt lass uns mal eben gucken das wäre erster dritter ja wir haben juli würde ich sagen warte mal ich hoffe das bleibt dann so stehen mit dem kalender bis zum ersten dritten vorspulen die sind ja versorgt ich hoffe dass es dann geht so 100 tage und 23 stunden drei monate ungefähr ihr seht das was ich auch sehe hier immer noch der grafik fehler das ist das problem achtung das müsste ich noch lösen woran es liegt weiß ich nicht keine ahnung ich mache jetzt einfach mal scheiß drauf dann haben wir viele probleme das war mit einmal war es da und seitdem ist es da und geht nicht mehr weg speichern ach so ist immer noch da ok vielleicht liegt es auch gar nicht daran vielleicht ist es irgendwas anderes hoch hatten wir jetzt wenn ich auf mittel gehe keine ahnung ich kann ich euch nicht sagen was passiert immer noch also liegt es nicht an den einstellungen dann aber ich kann eine jetzt es ich kann ich kann ich kann ich kann es ich werde bei gelegenheit mal gucken ob ich was steht er jetzt niedrig wollte ich mittel so niedrig auch wenn ich weiß dass das nichts bringt aber ich habe jetzt schwarzen bildschirm speichern ja und schon haben wir gut die halbe stunde um ja also es liegt nicht daran es liegt nicht daran das ist ein anderer grund aber frag mich nicht welcher ich weiß es nicht keine ahnung smart aus das ach so terra dynamisches terrein ok hoch ja weiter ach so ach so ja wir lassen das jetzt so ist egal wir wollten ja vorspulen stimmt ja das war's jetzt muss ich eben warten bis das alles wieder da ist so keine ahnung warum das der effekt erschütterten hatte ich nämlich auch gerade hier nach der fahrzeug mini geht nicht abbrechen mal eben raus gehen hier und zwar datum 30 oktober dezember januar ok also ein bisschen higher machen über 100 tage das wird am januar februar märz müssen wir aufpassen achter 2 also 30 tage dürfen wir nur 27 tage schlafen das müssen wir bei warum müssen wir jetzt auskommen weiß ich gar nicht am siebten dritten so mal gucken hier ach nee mietfrist endet bald hier sind alle gleich aus was ist er das ist walter max alle weg klicken das ist auch alles das ich klicke alle weg egal irgendein vier hat nicht essen gekriegt 24 10 23 10 schauen wir mal ob da noch über was da ist das ist leer aha also doch wir haben märz jetzt gucken wir mal was er sagt mit den quest verfügbar meist weiß aufsaat wunderbar würde ich sagen dann haben wir was zu tun wir haben 27 minuten gut dann machen wir eine quatsch folge dann würde ich sagen aber es ist nicht mehr das problem ist dass wir quasi jetzt so langsam am ende kommen mit dem ja mit dem anderen getreide wir könnten das ausprobieren was es bringt dass wir das mal alles durchgehen also gerste roggen roggen hatten wir ja schon genau roggen dann weizen die anderen quasi die wir noch haben dass wir da mal ein paar kleine felder machen und gucken was dabei rumkommt ansonsten war es dann schon gut das ist eine idee da können wir natürlich machen lasst mir mal ein kommentar da sollen was machen es licht an euch also ich ich zeige auch euch auch gerne im märz wie ich die felder mit mais zu pflanze im juni den mais abernte damit die bullen über winter fresseralien haben dann zeige ich euch wieder wie wir im märz quasi die bullen verkaufen junge bullen ankaufen im märz mal sehen da können wir dann durchziehen bis keiner mehr guckt aber ist ja auch nicht sinn und zweck der sache gut diese aufgabe machen wir dann in der nächsten folge sagt mir mal was wir machen sollen sonst würde ich einfach sagen wir warten aufs nächste update und machen dann weiter also dass die können wir jetzt noch mais aussaat und mais ernten das können wir noch machen ich weiß nicht ob die die anderen kommen nicht mehr ne fertig er zeigt dann nicht mal an alle quiz ja die kommen nicht mehr auf gar keinen fall was ist los ach speichern ich will speicher gerade gut in diesem sinne danke dass ihr da wart das problem hier ist auch nicht mehr ich denke es liegt am treiber immer noch also ich denke immer noch es liegt am treiber es gab wieder ein update der ist leer ne also habe ich auch kein futter mehr für die viecher aber wir können mal gucken was die jetzt gerade aktuell muss man sich umschalten silo abdecken ja das ist das was noch einmal machen um die tiere so name gewicht wir haben alle 270 preis preise sind runter gegangen und zwar richtig weil wir die nicht mehr gefüttert haben da müssen wir ja da werden sie bis ende des jahres vor hunger sein nur 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 hat sich damit ach so entschuldigung bin ja auch doof so 800 600 600 600 600 600 500 naja gut aber die werden hungern müssen leider der tüdel da schon wieder nach nervig ja in diesem sinne sag ich mal danke für die quatschrunde und lassen wir mal wirklich mal kommentar durch quasi mal ein kommentar da dass ich weiß was ich machen soll ob wir dann einfach weitermachen dann noch ein bisschen drum testen die ganzen quasi mal alle sehen hier muss man natürlich auch die menge haben hier die 1234 felder direkt um den hof rum dass wir die quasi mäuschen suchst du mäuschen ja und suchst du mäuschen ja wo ist es pass auf wo ist er kriechen hä wo ist er was denn da ist egal das können wir durchprobieren ob da die preise auch sind aber wisst ihr ich sehe nicht ein dass ich irgendwo viel geld für sowas ausgebe und am ende nicht rauskriege und nächste update ich weiß nicht wann das kommt und ich brauche jetzt einen kaffee und ich sag mal tschüss danke fürs zuschauen und wie gesagt mit den kommentar da lassen soll ich weitermachen dann sollen wir noch rumprobieren oder soll ich aufhören also die zwei quest machen wir noch jetzt mit dem futter und mit dem mais weil ich will wenigstens alles mal durchgemacht haben mit dem menü keine ahnung hat er davon mir würde auf jeden fall erstmal bis dahin tschüss bye bye winke winke bis zur nächsten folge danke dass ihr da wart tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.